Was liegt denn hier? Ah, hier kann man auch. Guck mal, seht ihr das? Schwebt das hier bei euch auch? Ja, ja, ich hab das auch gesehen. Das ist ein Dynamit oder so ein Scheiß. Zack, McFly. Ah ja, stimmt, die werden auf das riesige Kreuzfahrtschiff gerade geladen. Und dann kommt noch eine, wo wir dann auf dem Kreuzfahrtschiff sind oder was meinst du da? Ja, würde ich, würde ich darauf wetten, dass wir auf dem Kreuzfahrtschiff rumballern müssen. Boah, das ist echt riesiges Ding. Jewel Pacific heißt es. So! Univice, wir haben ein Report, so wie es möglich ist, für eure Schiff auf dem Kreuzfahrtschiff. Wir müssen hier durchlaufen. Wir können immer noch auf dem Kreuzfahrt kommen. Wir können immer noch auf dem Kreuzfahrt kommen. Wir können immer noch auf dem Kreuzfahrt kommen. Schlage dich zum Hafen durch. Wow, sieht das auch so schlecht aus bei euch hier? Der Sticker. Ah, jetzt hat er geladen. Ja. Wir waren zu laut. Die sind hinter uns auch? Oh, die sind auch voll viel hinter uns, Alter. Ohohohoho. Guckt einer auch da vorne? Ne. Tun sie nicht. Gab er doch. Die zeigt natürlich zum Aufsprengen. Ey, da muss ja wohl irgendwo hier schon was sein. Ey, ist das die Mission, die wir am PC aufgezockt haben? Dass wir das getestet haben? Es kommt Zeit, ne, dass jetzt gleich diese Turrets kommen, oder? Ja. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Hier rechts kommen jetzt diese Turrets, die auf uns zielen. Äh, zumindest auf... Ah, war auf Creeper. Wir haben auf Schwer, glaube ich, damals gezockt, ne? Mit Bots. Ja, da haben wir direkt schon gemerkt. Warum haben wir denn dieses Level gezockt damals? Bull? Bull? Könnte man vielleicht aussuchen? Ja, ja, aber warum Kapitel 4 Level 2? Von wo kommen sie? Von hinten? Alter, ich bin desinfiziert. Der erste Bulle. Und zack, ich bin infiziert und vom Bullen. Ich werde festgenommen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich infiziere, ich infiziere, ich verwandle mich, meine ich. Da hinten sind die Turrets. Die Minen. Hast du die gesehen zuvor? Ja, hier sind die Minen überall. Ach, die Minen sind das. Liegt da irgendwie Zeug? Guck mal rein, Gabor. Ach du Scheiße. Was ist los? Es kamen voll viele von hinten. Oh ja. Ja, jetzt geht's hin. Ich hab schon wieder, ich hab jetzt schon keine Muni mehr. Ja, jetzt muss er nicht so viel zu holen. Ich hab schon keine Muni mehr. Ey, wir haben jetzt hier nicht diese scheiß Sprengladung gefunden. Das nervt ihr. Direkt hier runter gejumpt hier. Seht ihr irgendwas? Ah, hier kann man schon wieder sprengen? Ja. Ja. Denn wir hätten zwei Sprengladungen sein müssen wahrscheinlich dann, oder? Ja, das eine würde ich sagen, schon. Ich glaub nicht, dass du für jede Tür immer eine Sprengladung hast. Ja. Ja, okay. Aber ich hab auch Muni. Mir würde Muni schon reichen. Muni ist Schiavon! Hier liegt irgendwas? Hier ist eine Kettensäge, falls jemand haben möchte. Äh, ich hab ja. Ich hab ne schwere Waffe. Jetzt die Linksreihen sind auf jeden Fall Wölze. Raketenwerfer. Ah, da hab ich die Raketenwerfer an. Ja! Ja! Ich glaub, die kommen auch von hinten, oder? Schweres Maschinengewehr. Alter, wie viele kommen hier durch? Äh, ja, ich würd das eigentlich schon gerne nehmen, aber ich hab ja auch schon mal was mit meinem Raketenwert nicht. Nicht, ich hab' den Raketenwert fast nicht schöner. Okay, jetzt müssen wir hier verteidigen. Genau, hier sind wir immer geschockt. Nicht die kaputt machen, nicht die kaputt machen. Die kommen ja hier durch, dann explodieren die selber, die Zombies. Guck, die müssen explodieren schon. Weiß ich nicht, aber... Ja? Ich dachte auch das... Ja, ja, die sind, die explodieren daran. Okay. Verteidigung, wir haben hier Muni und alles. Stationäres Maschinengewehr. Ja. Haben wir noch irgendwie hier Pakete? Ne, noch nicht damit schießen! Heb dir das für die Welle auf! Ja, aber ich wollt' den, äh, ekligen Spucker da wegmachen. Die halten mich jetzt wieder aus. Oh, lassen die uns eigentlich nicht durchgeratten? Äh, ich hab' jetzt sonst nix gesehen. Ach, krass! Hier ist Granatenwerfer. Ja? Enemy Explosives! Ah, nice. Ansonsten sind die... Ich guck mal ganz vorne, ob hier was liegt. Hier wär' noch was zum Sprengen. Was liegt denn hier? Ah, hier kann man auch. Guck mal, seht ihr das? Schwebt, schwebt das hier bei euch auch? Jaja, ich hab' das auch gesehen. Die Dynamite oder so'n Scheiße. Ja, das sieht ja aus wie so'ne Sprengladung. Aber man kann sie nicht nehmen. Ja, komm, Kampf starten, oder? Ja, ich heil mich gar nicht. Ah, wir haben nur noch 10 Sekunden. Geht lieber auf eure Position. Nee, 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 nicht, nicht, ich hab' mich geheilt. Ach. Was ist? Ich, ich hab' mich geheilt und direkt danach hat mich Gaber nochmal geheilt. Gaber, willst du an den Mörser ran? Kann ich machen. Einmal will ich, einmal will ich ballern. Ja, warte kurz. Immer weiter bedienen eigentlich. Jaja, ganz am Anfang ballern. Ihr schießt ziemlich weit dahinten, das Ding. Jaja, es ist ziemlich weit hinten. Da kommt ein Dicker. Vorne Bull, vorne Bull. Wo ist der Bulle? Ich hab' den, ich hab' den abgemacht. Abgemacht. Hier, das Geschütz ist leer von mir. So. Sieht gut aus, oder? Ja, da kommt nochmal ne Welle, glaub' ich, ne? Nee, Schwab eliminiert. Ja. Geil, wir können weiter. Boah, war das einfach. Da brauchst du ja gar nix aufbauen, eigentlich, ne? Klar, ohne den Mörser wär das, glaub' ich, hart geworden. Ja, du hast ja superviele... Hat er so viel weggeballert? Ja, ja, hinten, die die Straße runtergekommen sind. Ja, ja. Hast du schon voll früh ausgemerzt, ja. Sportkarabiner und sowas liegt hier. Wir könnten nämlich hier... Hat der noch was hier irgendwo? Nee. Also jetzt hier. Genau, die Waffen. Das war's sonst. Wir haben Befehle zum Treibstoffdepot zu gehen. Ich frag' gar nicht von wem. Hier, hier, hier sind Granaten. Geht sie weiter. Also hier ist da bestimmt ne Sprengladung irgendwo. Zumindest was zum Aufsprengen. Das sieht echt genau aus, ne? Nee, das kann doch nicht sein. Hier sind nochmal Granaten auf dem Van. Sonst ist hier nix. Bisher haben wir doch keine Sprengladung gefunden. Oh, da liegt aber irgendwo. Achso, ich glaube, wo ist sie noch. Explosivladung. Ich hab ne Ladung. Ah, okay. Wir jagen jetzt alles in die Luft hier gleich, oder was? Oh Gott. Ich platziere die. Da kommen welche zu dir hoch, Symbu. Ja. Boah, ey. Wie lange macht der das Ding denn da drin? Komm zu dir, Symbu. Okay, ich hab die nächste. Oh, Bull. Der kriegt jetzt erstmal schön den Raketenwerfer. Nice. Ich hab auch noch eine Explosivladung. Acht Stück müssen wir dran machen. Hä? Wo muss ich das denn dran? Ah, hier. Manchmal sprintet meiner irgendwie nicht. Das ist wirklich eine Scheiße. Ich hab hier grad nen Creeper gekillt. Kommt direkt der Zweite aus dem gleichen Raum. Meine Güte, die können doch nicht immer random spawnen. Ich hab da ein paar Lösen gefahren. Kommt ich anch. Kommt, hör auf. Kommt, hol mir rein. Your team. Kommt, ich zwei. Ne, das sind sogar drei. Oah. Kommt, was hat er noch? Ich schlieg hier. Kommt da. Dass das was. Das was schön ist. Das ist alles. Oh, das ist alles. Und jetzt hab ich noch nie. Ich hab auch nicht. es ist einfach jemand auf den raum die waren in einem raum 2 creeper so ein gift spucker und so ein hazmat suit bleibt mal stehen bleibt mal stehen wenn ich die ich weiß nicht, soll ich sie doch hier oben ansehen Oh, macht den Screamer Platz, falls ihr das könnt Wo ist der denn? Ja, ich seh ihn da leider auch nicht Ist tot, ist tot, ist tot Sehr gut Creeper hinter dir Ah, Creeper hinter mir Oh, sehr gut, okay Geil, kannst du mal kurz mich beschützen, dann kann ich das hier anbringen Gabor, siehst du, siehst du, wo ich bin? Ja Er liegt medikit Er liegt medikit da Okay, hier sind die letzten Explosivladungen Ah, und hier muss man die anbringen Bei mir Nee, das ist immer woanders Wir verteilen die hier überall, hast du noch keine angebracht? Doch, zwei Okay Ah, Creeper Aber hier ist halt zum Punkt, wo man die anbringt Hä? Hier ist halt zum Punkt, wo man die anbringt Ja, aber der wechselt ja Wenn du das angebracht hast, ist das ja für mich nicht mehr da Das meine ich Ja, aber ich habe ja nichts angebracht, weil ich keine hatte Ach so, ja, okay Aber hier sind mehrere, trotzdem Jetzt sind sie alle fertig Ja, komm mal zu dir Gabor Mein Gott Ich habe nur noch 40 Schuss Hier, bei mir, kannst du aufladen Ah, okay, gut Kann mich einer holen? Ja, ich gehe Gabor holen Ja, ja, ich gehe gerade zu Gabor Nee, nee, lad doch dein Muni auf Wir müssen jetzt rauslaufen Wir haben gleich, glaube ich, nicht viel Zeit Ja, aber ich habe jetzt Gabor Ich bin direkt schon bei Ja, aber ich auch So, und jetzt kann ich hier Muni holen Ah, hier müssen wir raus, Leute Oh, da ist ein fetter runtergefallen Seht ihr den? Alter, wie viel hältst du aus? So Wir müssen hier weiter Ja, ich komme Boah Alles okay? Ja, ja Kommt ihr da nicht weiter? Creeper, Creeper, Creeper Der lebt noch, der Creeper Vorsicht Creeper ist tot Entschuldigung, Gabor Kommt, komm, komm, komm Ich baller hinter euch Aber es kommt keiner, ne? Ja Dankeschön Pistole Ich kann nicht durch Es ist ja nichts hier oben Hier unten auch nicht, ne? Ah! Super Ja Ja Hä, ich habe Creeper getötet Aber du hast mich gerettet Hast du das gesehen? Ja, ja, wir haben beide drauf geböllert Dann ist das Spiel verwirrt Achso, hier müssen wir wieder aufbauen Okay Ich habe nämlich sogar noch ein Geschütz Schütz Kommt, direkt mal hier vorne, ob hier was ist Großer Swarm Hier ist nix Hier könnte man auch sprengen Aber wir haben keine Sprenglade Ah, Nutzlast hier, ja Okay Nice Ich glaube, ich konnte gerade zweimal dieselbe Kiste looten Ich glaube, ich kann die nochmal looten Das ist ein Bug Ich kann uns übelst viele stationäre Geschütze bauen Das dritte jetzt schon Automatisch wär noch geiler Ja Aber es ist immer das gleiche drin Ah, jetzt ist sie offen Schade Ja, jeder eins Eden, wo sind die denn? Ich hab ne Sprengladung Haben wir was zum Sprengeln noch? Ja, ja, hier 30 Sekunden hier vorne Oh, siehst du das? Ich komme, ich komme, ja, ich sehs 30 Sekunden passt easy Geht sie vorne als Geschütz, Gabor? Ja, erstmal vorne die Genau Würde ich auch sagen Oh, da ist halt noch was Chillig So, Elektrozäune wäre auch nicht schlecht Weil hier kommen glaube ich auch viele Geht's los, ne? Es geht los, ne? Okay, also erstmal ein bisschen nach vorne Und dann ziehen wir uns zurück zu den drei Geschützten, ne? Von wo kommen die denn? Oh, hier, hier, bei mir Auf der linken Seite Ah, von da Ja, ja, ja Okay, da brauche ich ja gar nicht an das andere Ja Creeper bei mir Von hinten Hinten umdrehen einmal Danke Pull down They should be running for me Danke, Gabor Okay, jetzt kommt sie bei Gabor Haben wir dann noch ein anderes Maschinengewehr? Ja, ich glaube eins könnte klappen Ja Okay, Gabor Ich versuch dich hier freizuhalten Die kommen auch von hinten, ne? Die einen laufen hier rum Und gehen durch das Wasser Okay, dann kommt sie rum Oh, jetzt kommen sie von da Ja, ich geh in das hier Warte aus Einhalb Minuten noch Schieße mal weiter Ah, Junge, jetzt ist das krank Man kann ihn so reinhalten Okay, ich lasse mal Muni auf Muni aufladen, ja Die linke Flanke Eine Minute noch Oh, danke Scheiße, gibt's hier keine Kanaten mehr? Oh nein, Creeper Ah, geil Kettensäge 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 Glaub ich, ne? Ja Da kommt ein Dicker auf euch zu Okay, der ist down Zwölf Sekunden noch Lass mal schon mal zurückziehen Die hinteren Geschütze Ja 0 Sekunden Gibt's irgendwo ein Dicker, oder? Okay, wir müssen irgendwo weg Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ne, halt den Schwarmauf steht da noch Hä? Ah, ist easy Easy Es sind nicht so viele Reicht das gut Jetzt können wir abhauen Ich brauche aber noch mal kurz Muni Ne, ne, wofür? Ach so, ist jetzt hier vorbei, oder? Ja Ah, das war ja mega easy Es war vier einfach einfach davor Wow Wow, mein Plan hat funktioniert Guter Plan, Martin Die sind stolz auf dich Du bist der Beste gefilmt Ach so in ешь C Augen Danke